Wir hatten Hoffnung, Wünsche, Ängste, was Apple vorstellen könnte. Oder vielleicht auch andere Firmen. Vielleicht reden wir da später auch noch drüber, was andere Firmen so vorstellen. Auf jeden Fall war jetzt dieser Event und der war, so wie das MacBook, sehr dünn. Ja, sie haben ihn am Anfang mal wieder unfassbar aufgeblasen und irgendwie auch dachten, warum? Also gerade so dieses ewige Wiederholen von was wir in den letzten Events schon gesehen haben. Irgendwie so von wegen, wir haben halt irgendwie eine Watch, die voll super ist und eine Nike Watch gibt es auch und iOS 10 ist voll super und OS X Sierra ist, haben sie nämlich gar nicht gesagt. Aber das ist schon relativ lange ausgebreitet, wo er gesagt hat, äh, nein, was soll der Quatsch? Und dann haben sie halt gesagt, ja, jetzt reden wir mal ein bisschen über neue Geräte. Ja, und dann waren wir da auch schon mittendrin im Debakel. Es war ja vorab klar, in der letzten Woche war ja, ist ja herausgefallen, ähm, in dem Update von, von Sierra 10, 12, 1 war ja so eine Grafik drin. In der Grafik, das ist so die Hilfegrafik für Apple Pay auf dem Mac. Und da hat man gesehen, da ist so ein, da ist so ein, dort wie die Funktionstasten sind, ist ein Display und rechts an der Kante, wo bisher der Powerbutton war, was vermutlich jetzt auch noch immer noch der Powerbutton ist, da ist also der Touch-ID-Sensor. Und, ähm, die ganze Diskussion, die jetzt da hingeführt hat, war ja, OMG, sie haben Escape getötet, die Schweine. Ja. Und das vielleicht auch immer noch nicht ganz gelöst, also, Escape ist schon noch da, hat man jetzt in den ganzen Dingern gesehen, aber es hat so ein unangenehmes Gefühl zwischendurch ausgelöst, Alex. Du meinst die ganze, ganze Vorbereitung, was die, was die Escape-Taste angeht, oder? Also, das war die ganze Diskussion die Woche, eigentlich. Ja, das ist, das ist ja irgendwie so zwei Tage vor der, vor der Keynote irgendwie, hat Apple selbst geleakt, ähm, durch dieses Bild in der Apple Pay Webseite, auf der Apple Pay Webseite. Ähm, Apple Pay nur so als Randnotiz ist nicht nach Deutschland gekommen, ähm, können wir so sagen. Timo ist sehr traurig darüber. Fünf Minuten nach der Sendung, stand fünf Minuten nach der Sendung. Ja, Tim, Tim hat ja auch gesagt, in der, ähm, ähm, im Finanzberichtsanruf, Dingsbums, im Earnings Call, dass Apple Pay nach Spanien kommt. Und dann hat er aufgehört zu sprechen in dem Satz, was dann schade war. Tja. Ja, ja. Ähm, ich meine, so, ich, ich gehe stark davon aus, dass es kein Event braucht, um Apple Pay für Deutschland anzukündigen. Also, das wäre, es wäre sicherlich nett gewesen, wenn man das Zusammenhang erwähnen könnte. Aber, ähm, bei den beteiligten, äh, Banken und, ähm, ähm, äh, ja, alles, was da so dranhängt, ähm, ist es, ist es nicht, haben wir ja gesehen, Apple fährt das, rollt das so aus, wie es halt dann ihnen zeitlich in Kram passt. Und, ähm, ähm, ja, die Webseite ist halt mal aktualisiert worden. Das ist halt neben der, neben der ganzen Geschichte noch in der letzten Woche passiert, die letzte Änderung ist, glaube ich, am 24. Oktober passiert, an der deutschen Apple Pay Webseite. Ähm, und, ja, also, ich, ich kann, ich kann mir auch schon vorstellen, dass das, dass das jetzt, äh, ein größerer Hinweis dafür ist, dass das irgendwie bald kommt. Aber, ähm, ins Event hat's scheinbar nicht reingepasst. Wir waren bei der Escape-Taste. Die Escape-Taste, also, in dem, in dem, in dem Screenshot, der da in, in der Serie geleakt ist, steht halt links oben Cancel und rechts steht Daumen auflegen für Touch ID, für Apple Pay. Und, ähm, es ist schon klar, dass das sich irgendwie dynamisch verändert und jetzt haben wir eben gesehen, die, die, die Escape-Taste, die dort wegfällt, wird halt meistens dynamisch als Systembutton dort angezeigt. Äh, aber, aber eine App kann auch sagen, so, will ich nicht, brauche ich nicht, ähm, zeig mal was anderes. So, zum Beispiel, was sie hatten, war Final Cut. Und dann hast du halt in Final Cut so ein, so ein Bereich für die App, wo irgendwie Grafik gezeigt wird, wo halt entweder das in der Waveform gezeigt wird oder deine ganzen Clips in der Anordnung gezeigt werden. Und das sieht, ähm, irgendwie nett aus, aber es ist so kein Must-Have. Also, es war jetzt nichts, wo ich gesagt hab, boah, super großartig. Ähm, ja, das, das sieht nett aus und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen, ein bisschen hilft. Ich bin mir, also, sie haben, sie haben auch Anwendungsfälle gezeigt, wo man, wo ich sag, ja, das macht voll viel Sinn. Also, allein schon zum Beispiel, dass ich immer einen, oder ziemlich immer einen Scrubber, Scrubber hab, um durch die Timeline zu fahren, in Final Cut Pro in dem Fall zum Beispiel, ähm, macht in meinem Kopf sehr viel Sinn. Ähm, aber dadurch, dass ich dieses Ding andauernd dynamisch ändern kann, wird es vermutlich relativ anstrengend, besonders, weil ich jetzt plötzlich anfangen muss, auf die Tastatur zu gucken. Und das ist halt was, was ich vorher nicht gemacht hab, oder was ich vorher nicht mach, da guck ich halt auf meinen Content und bewege die Maus irgendwie, den Mauszeiger. Und, ähm, plötzlich muss ich jetzt anfangen, immer zwischen zwei, ähm, zwei Displays hin und her zu schauen. Und da bin ich nicht so sicher, ob ich das für eine gute Idee halte. Und, ähm, das wird sich, glaub ich, wirklich erst in der, in der tatsächlichen Benutzung zeigen. Und, ähm, ich, ich versteh die Intention dafür, was ich so ein bisschen schade an der Sache find, dass, ähm, das, das ganze, das ganze Zeug hast du nur in Pro-Geräten dran. Und ich persönlich finde, dass diese Funktionalität, ähm, zu, sag ich mal, mindestens 60 Prozent auf nicht Pro-User abzielt. Weil du, weißt du, so Sachen wie E-Mail abschicken oder sowas. Ja, also, in den, in den, äh, kamen auch eben schon die Human-Interface-Guidelines raus. Es steht drin, du sollst keine Funktionen in die Touchbar reinlegen, die wohlbekannte Tastenkürzel haben. Dann hätten sie sie aber nicht einbauen dürfen und die Hälfte von den Sachen, die waren wohlbekannte Tastenkürzel. Also, sowas wie Reply oder sowas auf eine E-Mail, da ist es ein wohlbekanntes Tastenkürzel. Und du hast halt hier in dem, also jetzt das Beispiel, was wir hier gerade haben, ist halt, ähm, was ist denn das, Final Cut vielleicht? Oder, oder QuickTime oder irgendwas? Da hast du halt Escape, Play, dann eine Timeline und dann die restlichen System-Buttons wie Helligkeit, Lautstärke, Siri. Keine wohlbekannten Tastenkürzel, Play, Play, das ist die größte Taste auf dem verdammten, auf der Tastatur. Ja, ja, also das ist echt die spannende Geschichte. Also sind das, sind das Tastenkürzel, mit denen sozusagen die ganze Bandbreite an Nutzern arbeiten kann. Also arbeiten können, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber einfach würden. Also ist es was, was ich in Final Cut zum Beispiel wirklich verwende, um durch eine, durch diesen Zeitstrahl zum, zu scrubben beispielsweise. Ähm, oder ist es so, dass es sich halt beschränkt auf irgendwie Fotos und mach mal einen Filter drüber oder so. Und diese genannten Tastenkürzel, die einfach nur dann auf visuellen Tasten sind. Und das, das fände ich spannend rauszufinden. Also die Idee halte ich für eine gute, ähm, gerade weil es so Funktionen, ähm, hervorlocken kann, die man sonst halt echt nur schwierig unterbringen kann. Das ist halt durchaus eine neue Ebene von Interaktion mit dem Gerät. Ähm, und, ja, und viele Leute, du musst dir natürlich vorstellen, dass viele Leute, ähm, selbst wenn sie irgendwie vielleicht blind tippen, äh, trotzdem, trotzdem einen Blick auf die Tastatur werfen können. Wenn, wenn es halt, wenn irgendwas schneller geht, was sonst langsamer. Also ich kann mir, ich meine, wir haben ja, ihr kennt doch diese Tastaturen, die einfach beklebt sind mit Shotcards und solchen Geschichten. Das ist jetzt vielleicht, ähm, das ist das Extrem, aber, ähm, ähm, äh, da, da will ja vielleicht nicht jeder hin. Äh, deswegen so eine, so eine Leiste mit Funktionen, die einfach mir, mir auch gut in Kram passen möchten. Und ich merke mir die Tastenkürzler, finde ich, können, sobald, so, insofern sie individualisierbar ist, was sie ja ist, ähm, könnte ich mir das nützlich vorstellen. Jetzt haben sie hier bei dem, bei dem Keynote-Beispiel zum Beispiel, ähm, als Standard-File erst mal diese normale, so, Ebenen, Dingsbums und Bold, Italic und so weiter. Das sind aber Kürzel, die auch sowieso im Interface auf dem Bildschirm schon irgendwo rumgammeln. Also das, da gibt's Knöpfe, die du mit der Maus erreichen könntest. Ist das jetzt, äh, auch, ist das gedoppelt? Weil du könntest die gleiche Funktion mit der Maus genauso gut machen. Wie gut sind die denn im Vollbildmodus noch erreichbar, diese Knöpfe? Sind die da noch alle da? Nö, also, kommt drauf an, was du halt im Toolbar hast, weil die, die Customization, die du dort hast, ist die gleiche Customization, wie du sie auch in jedem Toolbar schon machen konntest bisher. Und du musst ja auch, jetzt, wenn du eine App hast, die muss ja auch trotzdem auf einem Gerät ohne Touchbar funktionieren. Also du musst ja auch, ähm, wenn du jetzt die Customization für die Touchbar machst, musst du ja immer noch auch überlegen, was ist, was ist in der Touchbar, was ist im Toolbar oben? Das musst du ja beides irgendwie verteilen, sinnvoll am besten. Und nachdem die Mac-Software so ein bisschen krankt, am App Store zum Beispiel und anderen Problemen, ist halt die Frage, wie viele externe, also Party-Apps jetzt da voll draufspringen und sagen, hey, das machen wir, das machen wir ordentlich. Und wo macht das Sinn? Macht das ein Transmit irgendwo Sinn, so mittel, weiß nicht, ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, ähm, also ich vermute, äh, ob es Sinn macht, das werden sich zeigen, aber ich bin mir relativ sicher, dass jeder halbwegs, ähm, etablierte Mac-Entwickler da draufspringen wird. Und irgendwas da einbauen wird, was Sinn macht. Also in Transmit kann ich mir zum Beispiel so einen Synchronisations-Button vorstellen, der halt bei der Folder miteinander synkt oder wo auch. Los, nie drücken. Ja, um Gottes Willen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie den da einbauen. Ja, aber nicht den Synchronisation-Button drücken. Bin ich bei dir. Nicht drücken. Geht alles kaputt. Ja, bin ich zu 100% bei dir. Ähm, ähm, das kann ich, das kann ich mir vorstellen und ich kann mir ja genug andere Apps vorstellen, wo sowas auch Sinn macht. Ähm, was natürlich, äh, also was ich vermute, dass, dass da natürlich notwendig ist, dass das irgendwie Apps sind, die nicht so komplett headless irgendwie laufen. Ich weiß nicht, also so ohne Menüleisten-Eintrag und was weiß ich, irgendwas. Haben sie eigentlich was dazu gesagt, ob diese Touchbar auch, ähm, Force-Touch hat? Äh, nicht Force-Touch, ähm, wie heißt es, äh, das, was vibriert? Naja, haben sie ein Taptic-Engine. Taptic-Engine, weil, ähm, wenn du ja jetzt diese Angreifer hast, diese, du willst deinen Videos, äh, Stipsel da irgendwie länger und kürzer ziehen, dann, äh, auf dem iPhone geben sie dir ja Feedback. Und auf dem, auf dem Trackpad unten ja auch. Ja, machen sie hier nicht, das hätten sie nämlich gesagt. Also sie haben nichts dazu gesagt, deswegen glaube ich nicht, dass es kommt. Wir haben auch nicht alles gehört, weil wir drüber gepfaiselt haben. Das hätten sie aber, das hätten, das wäre sicher irgendwo aufge, aufgepoppt als Text. Hm, nee. Glaube ich nicht. Wir haben auf den... Also die Frage ist wirklich, wie, wie genau ist es, oder wie präzise ist es, wenn du mehrere Finger, ähm, abrollst über diesem einen, äh, Touchstreifen? Ja, realistischerweise so wesentlich mehr als zwei wirst du schon nicht wahrscheinlich benutzen, kann ich mir jetzt so auf den ersten Blick vorstellen. Sie haben erst eingebaut, dass es theoretisch zehn können. Ich bin mal gespannt. Also, aber es sieht halt, es sieht halt jetzt in den Demos, sah es ein bisschen dämlich aus, muss man sagen, wie Leute da versucht haben, teilweise echt erfolgreich versucht haben, ähm, Musik zu machen, zum Beispiel. Also, und das, das war ja die Demo, die am wenigsten dämlich aussah. Also, das, der DJ, der, der, Karim, war auf der Bühne und hat DJ vorgeführt und, ähm, der sah da relativ souverän aus, wenn ich jetzt mal das vergleiche mit den, mit den Personen, die, ähm, die Final Cut und, ähm, Photoshop gezeigt haben, die wirklich so diesen, diesen One-Finger-Eagle-Modus, ähm, benutzt haben, der wirklich dann so, und wo auch wirklich im Moment, wo, wo getatscht wird, gerade, dass die andere Hand irgendwie hinter dem Rücken in der Hose war. Sondern da wirklich so, gerade mit einem Finger auf diesem Ding rum, rumgeömmelt. Und die haben das jetzt im Zweifel schon einen Moment lang genutzt, um, mindestens mal, um sich auf diese Präsentation vorzubereiten. Und das ist schon... Sie sind halt auch gestanden, was nochmal ein bisschen was anderes ist. Ja, du hast die Hände nicht flach auf der Tastatur. Das ist nochmal ein bisschen anders. Der DJ, der kennt das vom iPad, ja, weil da sind ähnliche Interaktionen auf dem iPad. iPad für, für DJ drauf ist, muss man mal sehen und uns im Laden, äh, anschauen. Ähm, die Standard-F1, F2-Tasten und so weiter, die kriegst du, wenn du den Fn-Key gehalten, äh, drückst. Das ist das Gleiche wie bisher auch. Ich frage mich da halt zusätzlich, und auch was die Escape-Taste angeht, die sind halt nicht mehr zu füllen, diese Tasten. Du musst, du musst hingucken. Ähm, so solche Sachen wie laut-leise oder so, würde ich aber normalerweise jetzt auch blind tippen. Ja. Escape würde ich auch blind tippen. Ähm, und du siehst ja auch der, der, der linkeste Knopf, also jetzt in dem Bild hier, der, der dann oder das X oder das Escape, der ist auch nicht ganz am Rand, sondern da ist links so ein Stückchen frei, damit das symmetrisch rechts zum Touch-ID-Sensor irgendwie gleich wirkt. Was ich für Quatsch, also was ich unsinnig, für unsinnig empfinde. Das wird sich alles... Die Frage ist, ist da noch Display dahinter? Könnte man sagen, okay, das war Unsinn, was wir da gemacht haben, dass es zentriert sein muss? Können wir das nicht links rüber rutschen? Oder ist da links einfach kein Display mehr? Man weiß es nicht. Bei den Grafiken, die da in Sierra drin sind, sind auch, ähm, da ist die 1-X- und die 2-X-Version ist unterschiedlich geshoppt, da ist mehr oder weniger Platz an der Seite. Jetzt aber bei den Bildern sieht das so aus, als wäre da immer so eine halbe Taste breit frei. Also, keine Ahnung, muss man mal sehen. Ähm, dieser Touchbar ist jetzt aber auch, sie haben sich extrem auf dieses Ding irgendwie jetzt eingeschossen, weil es sonst nichts zu sagen gibt. Ja, also es ist einfach sonst, ist... Es ist so der erste Schritt in Richtung Product Placement. Es ist der erste Schritt in Richtung, ähm, in Richtung, guck mal, wir können eine Tastatur bohnen, die nur aus Touch besteht. Die ist jetzt halt nur eine Zeile hoch. In Zukunft vielleicht mehr. Naja, aber es ist ja schon, du musst ja, also das Nette an Tasten ist ja, hast du auch die Schnupsis auf dem F und auf dem J damit, dass du sie fühlen kannst. Ja, gut. Da haben sie ja vielleicht auch noch irgendwelche Patente in der Schublade, aber so grundsätzlich, es gab ja auch solche, ähm, weißt du, so iPad-Apps, mit denen du Final Cut fernsteuern kannst, die totaler Unfug sind, weil du nichts füllen kannst. Ja, ja, aber ich meine, es ist, also ich hatte jetzt, es trifft sich jetzt gerade sehr zufällig sehr gut, heute so ein, dieses ganz kleine Yoga-Tablet gesehen und das hat ja unten auch eine Tastatur, die einfach nur aus Glas besteht. Und, ähm, wir haben das auch mal... Das ist der Novo-Ding. Genau. Und wir haben, haben das auf dem iPad, haben wir das ja auch hinbekommen. Also ich, 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 vielleicht ging es nur mir so, ich konnte auf dem iPad erstaunlich gut tippen. Ähm, und wenn man da jetzt noch irgendwie das, das entsprechende Patent hat, um, um so ein bisschen Haptik dahin zu bekommen und wenn wir jetzt mal überlegen, stellen wir uns so, sie könnten einen Knopf bauen, der sich nicht bewegt, aber sich so anfühlt, als würde er sich bewegen. Puh. Oder das übernächste, übernächster Schritt ist dann halt, was man auch gesehen hat, dass du so E-Paper in den Tasten hast, dass die sich selbst umbeschriften können. Ja, oder, dann hast du immer noch Tasten. Tasten sind cool, weil das hat sich gezeigt, das funkt, also das ist ja allgemein so ein Ding, so Sachen, die sich seit 100 Jahren bewährt haben, Kopfhörerbuchse, die sind nicht deswegen schlecht, nur weil sie alt sind. Wollte ich gerade sagen, aber Apple ist ja, nur weil wir sagen, XY ist cool, heißt es ja nicht, dass Apple sagt, wir finden das auch cool und wollen das immer so behalten. Was wiederum im Umkehrschluss auch nicht bedeutet, nur weil Apple das da einbaut ist, ist die Art, das zu machen, die beste Idee. Aber ich könnte mir ernsthaft vorstellen, dass das so der erste Schritt ist, dass es zu einem Touch-Keyboard. Ich sage nicht, dass ich das eine geile Idee finde, ich sage nur, dass ich mir das vorstellen kann. Aber ist das Coole nicht an diesem neuen Touch, an der Bar, dass die auch Farbe kann? Also die Emojis funktionieren ja nur mit Farbe und wenn du jetzt so eine E-Ink-Taste hast, dann ist ja da nichts mit Farbe. Ich erwarte keine E-Ink-Taste, ich erwarte eine Full-Monty-Taste-Ding da unten. Oder so Trauer-Emojis. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass es unverhältnismäßig lange vorgestellt wurde. Für eine Funktion, die nett ist, die auch teilweise clever und hübsch aussah und sicherlich auch so ein Verkaufsargument ist, wo du sagst, hey, da hast du diese Taste und wenn du mal nicht weiter weißt, hier, da ist doch immer hier, da ist deine Lieblings-Webseite, klickst du da drauf und dann wird die geöffnet und so. Aber es wurde halt zu viel Zeit darauf aufgewendet und das macht jetzt direkt nach dem Kino, zieht es das ganze Thema so ein bisschen runter. Das Notebook an sich oder das MacBook, das neue MacBook Pro, was die Bildschirmverbesserung angeht, Prozessor können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber mit dem Space Gray Anstrich und so weiter, das ist ja schon nett, es ist ein nettes Update. Es hat ein bisschen lang gedauert dafür. Für mich zieht diese sehr ausschweifende Präsentation von der Touchbar die gesamte Präsentation und auch den Eindruck vom MacBook so ein bisschen nach unten. Ja, für dir. Aber seht ihr irgendwie diese Touchbar in euren Arbeitsalltag? Also ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen würde. Also ich habe so ein paar Sachen, die ich mit der Maus mache oder mit dem Trackpad mache, wo ich mir schon denke, das ist jetzt irgendwie doof. Also gerade so lange Timeline scrollen oder so am Anfang von der Timeline springen, wenn du irgendwie im falschen Zoom-Faktor bist und dann irgendwie Command-Plus-Minus drückst und hin und... Das kann ich mir schon vorstellen, aber das ist halt so eine 0,5-Sekunden-Beschleunigung, die ich da haben könnte, das mache ich einmal die Woche. Also das müsste nicht sein. Deswegen so ein genialer Touch, a Touch of Genius, ein genialer Touch, es ist so irgendwie... Es ist halt ein genialer Touch am Tag. Ja, vielleicht. Kannst du da locker mal mitmachen? Sehr, sehr gut. Ich sage es jetzt mal so. Also wir müssen es mal mit 1 schreiben, 1 genialer Touch. 1 genialer Touch und Touch mit SCH am Schluss. Ähm... Was ich tatsächlich in meinem Arbeitsalltag oft sehen würde für dieses Ding, sind so Knöpfe wie, was wir gesehen haben, Computersperren. Und diese Geschichte mit, ähm, ich kann den mit Touch-ID einschalten und das lockt sich mein User ein. Ja, aber das ist ja Touch-ID-Funktionalität. Ja, aber das gehört zur Touch-Bahn. Ja, das ist da drin, aber ich meine jetzt... Aber sonst, diese andere Sache, also ich meine jetzt in meinem, wenn ich jetzt jeden Tag Videos schneiden würde, dann könnte ich mir das schon eher vorstellen. Weil momentan sehe ich in meinem sonstigen Arbeitsalltag, sehe ich das nicht. Wenn du wirklich ernsthaft Videos schneidest, dann hast du aber auch so ein Schnupsi. Wenn das wirklich so eine Funktion ist, die du brauchst, das zoomen und scrollen, dann hast du den... Ja. Dings. Der Metall-Drehspiel... PowerMate. PowerMate zum Beispiel. Habe ich zu Hause. Ja. Benutzt du den? Ja. Ab und an? Ja. Steckt der immer dran? Der steckt nicht immer dran, nein. Dazu mache ich es halt zu wenig. Aber, ähm, und dazu ist mein Tagschreibtisch nicht aufgeräumt genug, als könne kein Mann da immer ran. Ich habe auch noch so andere Geräte für, wenn ich, in den Zeiten, wo ich mal wirklich viel Video gemacht habe, hatte ich ein extra Device dafür. Da habe ich eine Maus gehabt und so ein Nostromo N52. Ja, das heißt wirklich so. Wer bitte? Belkin Nostromo N52. Ist das nicht das Raumschiff von Ripley? Ja, ganz genau. So war, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wow. Ja, ich habe nicht die hässliche Version, sondern die schwarze. Ach du großer Gott. Ja, aber ganz fantastisches Gerät dafür. Sieht aus wie das neue Display. So eine Kombination. So eine Kombination aus einem Trackpad. Also eigentlich ist das was zum Spielen. Ein Trackpad, ein Joypad ohne Tastatur. Und so in Trackball-Form. Ja. Aber es ist ein fantastisches Ding dafür. Aber da haben wir halt auch wieder die Sache, was du gerade gesagt hast, so Knöpfe sind voll gut. Und das hatte das halt auch. Und, ähm, ja, kann man halt echt voll machen. Mhm. Naja, gut. Okay. Äh, also. Kann man damit den neuen tippen? Guck mal, das hat ja nur neun Tasten. Hundertprozentig. Gibt sicher irgendeine Hexie dafür. Bestimmt gut. So. Äh. Der, 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 das ist halt so ein kleines, süßes Feature. Ja, also das ist. Mhm. Das ist. Hätte man mal, weiß nicht, unter, was gab's da vielleicht Vergleichbares schon mal, weiß nicht, die Funktionstasten, so die Playback-Tasten, lauter, leiser, auf den Funktionstasten sind ja deswegen an der Stelle, weil die normalen F1, 2 Funktionstasten kein Mensch mehr benutzt, weil die in macOS eigentlich nicht vorgesehen sind. Das war mehr oder weniger so ne, weiß nicht, Alt-F4, kenn ich noch vom Windows. Nee. Ansonsten war das halt so ne DOS-Geschichte, irgendwie F12 wird drucken oder so. Weißt du, was an der Stelle sehr, sehr lustig ist? Ich hab das, das Behavior dieser Tasten bei mir umgedreht. Bei mir sind es standardmäßig die F-Tasten und nicht die, und nicht die, ähm, die laut und leiser und co-Tasten. Wofür? Ach. Da möchte ich nicht drüber reden. Ähm. Er ist viel in Windows unterwegs, oder was? Erwischt. Weil ich damit am leichtesten zum Dashboard komme. Und das ist mein Ernst. Was? Ja. Es hat auch noch eine Dashboard-Taste hier. Ja. Ja, das ist wahr, aber F12 hat sich so eingegroovt. Und? Wegen einer Taste legst du alle um. Ich hab das schon, also es gab eine Zeit lang. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ja, ich weiß schon. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, macht das wirklich überhaupt keinen Sinn. Dann bin ich komplett bei dir. Es ist relativ lustig, weil ich hab eine Zeit lang, es gab eine Zeit lang keine Dashboard-Taste. Und dann war das auf F9. Und dann hab ich das geändert. Und, ähm, was ich außerdem hab, ich hab einen Keyboard-Shortcut, äh, Command-Alt-F1, der lehrt meinen Papierkorb aus. Den benutze ich ungefähr 30 Mal die Stunde, weil ich da so ein OCD-Problem hab, dass ich das nicht haben kann, wenn da was drin ist. Ich werf was weg, sag sofort, wird der Papierkorb ausgelöscht. Äh, ausgelöscht, äh, ausgeleert. Das heißt, ich müsste jetzt die Tastenkürzel umwerfen, um das zu machen. Und ich muss ehrlich gestehen, das würde, wenn ich hier so drüber nachdenke, macht das voll viel Sinn, das zu tun. Ja. Ich werde das jetzt ändern. Weil das macht, äh, ja. Und dazu kommt ja noch, was Escape angeht. Äh, du kannst mit, ähm, es gibt ja dieses, äh, Control-Feld, um deine, äh, Control-Alt-Command-Taste umzubelegen. Und da kannst du jetzt seit 10, 12 offensichtlich auch, äh, Caps-Log auf Escape legen. Also wenn du wirklich eine Taste zum Drücken brauchst, du kannst Caps-Log auch da drauflegen, weil man die ja wahrscheinlich auch tendenziell wenig benutzt. Also außer wenn man rumschreien möchte auf Facebook. Ja, Caps-Log ist eh irgendwie, dass das noch da ist, eh, ne, Witz. Ja, da ist viel Zeug drauf, was ich nie, also meine rechte Alt-Taste drücke ich nie. Nie, nie, nie. Nee, richtig, richtig. Ja, ich schon. Ja, aber du schon. Jetzt würde halt Apple sagen, die meisten Leute, bevorzugt die linke Alt-Taste, die kann man ja rauswerfen. Pass auf, das reden wir jetzt auch noch ein, dass die rechte Alt-Taste quatscht. Nein, ich erzähle dir auch kurz um die rechte Alt-Taste, weil mein, das Shortcut ist in Wirklichkeit Alt-Command-Alt-F12 gewesen, um meinen Papierkorb auszulernen. Das ist der einzige Grund, warum ich die rechte Alt-Taste benutze. Und das ist so, das ist halt Muscle-Memory, das funktioniert einfach. Ich habe jetzt die gerade auf Command-Alt scharfes S umgelegt. Ist da nicht, ist da nicht auf Windows irgendwie, was ist denn auf rechte Alt und scharfes S da ist da irgendwas? Rechts ist doch Alt. Rechts Alt ist ja Alt-GR. Alt-GR, das ist doch fürs Ad-Zeichen. Ad-Zeichen, richtig. Ja, aber das ist ja dann auf Q. Ja, und dann machst du immer Command-Q und dann ist die App zu. Ja. Genau. Sehr gut, deswegen war das das Problem. Benutzt ihr die rechte Shift-Taste? Ja. Ab und zu schon, ja. Klar. Nee, ist auch so ein Quatsch. Zum Beispiel für Shift-Enter. Weil da willst du ja nicht die linke Shift- und Enter drücken. Das ist ja klar. Ja, klar. Was habt ihr eigentlich genommen? Das ist ja verrückt, was ist mit euch denn los? Was macht eigentlich dieser Eject-Key? Der Eject-Gar nicht mehr. Welche Eject-Key? Der ist oben, über Backspace. Den habe ich nicht auf meinem iPad. Ich auch nicht auf dem iPad. Und auf dem iPad ist sowieso totale Halligalli. Also, Tastatur ist nicht so ganz einfach. Man kann natürlich auch sagen, Tastatur ist wahrscheinlich für Apple relativ nervig, die mit nationalen Layouts zu verkaufen, weil ansonsten könnten sie überall die gleiche Kiste hinstellen. Das ist immer so ein Argument mit, Apple hat gerne wenig Auswahl. Aber eigentlich stimmt das nicht. Weil, wenn du dir die iPhones und iPads anschaust, das in allen Farben, mit und ohne 3G und Zeug, das ist schon sehr viel immer. Ihr habt mich angelogen. Es gibt keine Dashboard-Taste. Doch. Die musst du dir belegen auf F6. F4. Aber F4 ist doch Launchpad. Nein, ja, Launchpad. F6 habe ich sie gelegt. Ja, aber F6 ist mal in die Tastatur heller machen. Seht ihr, es ist kompliziert mit diesen Tastaturen. Aber F4, ich sage mal so, mit Launchpad kann ich tatsächlich leben, wenn ich das nicht habe. Und da, zugegeben, gehe ich immer mit Dashboard eigentlich immer mit. Und da, also die Mediatasten und diese F-Tasten und die Mediatasten, ganz im Ernst, da bin ich froh, dass sie weg sind. Oder dass wir uns zumindest ein anderes überlegen. Weil diese, also diese Mediatasten, als ich irgendwie mal ein vorletztes Notebook gekauft habe und da waren die total innen gerade. Ja, da hat Apple die auch, glaube ich, beworben und auch in der Keynote irgendwie Play und dann spielt da ein iTunes und so weiter. Das habe ich nie verwendet, weil mein iTunes spielt nie, keine Musik. Und das hat, also ich finde sie auf den alten Rechnern echt störend. Und ich finde es gut, dass da was Neues kommt. Aber das, ja. Ich finde die total super, weil die gehen auch in VLC und die gehen in Spotify und die gehen, sonst wo, meistens. Manchmal auch geht halt dann iTunes und Spotify los, was auch lustig ist. Ja, ja, ja. Und fängt es nämlich an. Es ist, ja, kompliziert.